Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch altes Lego mitgebracht, kriege ich gleich einen Schluck auf, ein weiteres Fabulant-Set. Und nicht irgendein Fabulant-Set, sondern tatsächlich das drittgrößte Fabulant-Set. Mit sage und schreibe 137 oder 135 Teilen. Wir gucken gleich nochmal in den Collector-Skype. Ja, es ist also die nächste glorreiche Folge unserer Fabulant-Serie. Ich habe euch die Fabulant-Playlist unten mal verlinkt. Es gibt noch viele andere Sets zu entdecken. Es werden auch noch viele weitere Sets folgen, da bin ich fest davon überzeugt. Es gibt noch einiges zu tun, was Fabulant da zwischen 1979 und 1989 passiert ist. Das ist eine ganze Menge. Es gibt, glaube ich, über 100 Sets, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Von daher, zieht euch den Stuff rein. Dann geht es einem gleich gut. Gut geht es einem auch, wenn man was Leckeres zu trinken und was Leckeres zu essen hat. Und ich hoffe, das habt ihr. Denn, liebe Freunde, es ist wieder mal Review-Zeit. Yeah. Ja. Womit fangen wir am besten an? Am besten erstmal eine kleine Einleitung. Denn, wie ich schon gesagt habe, es ist das drittgrößte Fabulant-Set. Und dann nehmen wir ganz kurz den Collector-Skype. Ich schiebe das hier mal ein bisschen zur Seite. Übrigens, der Schornstein, das zeige ich euch dann noch, ist schon leider abgefallen. Da müsste der liebe Thorsten, der uns dieses Set in netter Weise zur Verfügung gestellt hat, sich mal so ein Teil noch holen. Ist gar kein Problem. Collector's Guide, du weißt Bescheid. Wir gucken uns jetzt zuallererst mal das Größte. Ne, wir fangen mit dem drittgrößten... Ne, das drittgrößte ist ja das. Wir fangen mit dem drittgrößten Set an. Ne, wir fangen mit dem größten Set an. So rum. Genau. Ich bin etwas verwirrt aufgrund der vielen bunten Farben. Das darf man aber auch gerne mal sein. So. Das größte Fabulant-Set nach meiner Recherche ist die Feuerwache von 1987. Ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Und diese Feuerwache hat, sage und schreibe, 149 Teile. Und 149 Teile sind relativ viel für so ein Fabulant-Set. Man sieht hier übrigens 1987 auch noch das Klassenzimmer. Das ist ein Set, was viele von euch auch kennen. Ja, nur so als Vergleich. Hier. Und dieses Set hat gerade einmal 26 Teile. Also viele Fabulant-Sets haben meistens unter 100 Teile. Hier gibt es auch zum Beispiel eine Traumvilla von Bonnie Kaninchen. Die hat 47 Teile, weil da viele Fertigteile dabei sind. Deswegen 149 Teile für die Feuerwache, die ich euch gerade gezeigt habe, ist eine ganze Menge. Und das ist tatsächlich das größte Set. So. Dann kommt das zweitgrößte Set. Das ist nämlich Leo Löwes Rathaus. Und das kam 1979 auf den Markt. Hier. Und dieses Set hat 145 Teile. Ist auch eine ganze Menge. Da sind sogar zwei Autos dabei. Es sind drei Minifiguren dabei. Es ist sogar noch ein Baum dabei, wenn ich das richtig sehe. Und lustigerweise hat das eben noch eine dreistellige Nummer, nämlich 350, weil es 1979 auf den Markt gekommen ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Set hier, nämlich das glorreiche Terrassenhaus mit der Nummer 3678 von 1982. Und das hat 135 Teile. Das ist hier. Also wie gesagt, im Collectors Guide findet ihr das alles sehr, sehr schön. Ich habe übrigens schon mal festgestellt, weil einige von euch ja sagen, ja Bricklink kann man auch gut als Übersicht verwenden. Machen wir tatsächlich auch. Aber Bricklink ist manchmal nicht ganz vollständig. Ich sage das nur dazu, weil wir auf unserer Seite, steckkastencrew.de, glorreicher Blog. Müsst ihr unbedingt mal reinschalten. Zieht es euch echt mal rein. Das ist wirklich eine Empfehlung. Teilweise auch mal so Überblicks Blogbeiträge schreiben. Zum Beispiel zu den Falkenrittern oder zu den Forestmen und so weiter. Und da fällt mir immer wieder auf, alle Sets, die ich hier zum Beispiel finde, sind nicht unbedingt bei Bricklink gelistet. Also in unserem Beitrag über die Forestmen und über die Falkenritter, unsere Überblicksseiten, da sind Sets drin, die Bricklink nicht unter Falkenrittern listet. Das kann manchmal auch damit zusammenhängen, dass dann mal ein Falkenritter in einem Set auftaucht, das aber nicht als Falkenritterset gewertet wird. Aber für mich als Falkenrittersammler ist es vielleicht spannend, in welchen Sets auch Falkenritter vorkommen. Denn sobald in einem Set Falkenritter vorkommen, ist es für mich ein Falkenritterset. Aber das nur am Rande. Ich schweife schon wieder ab. Aber wie gesagt, der Collectors Guide ist einfach großartig. Und jetzt wissen wir, dass dieses Set 135 Teile hat. Und ihr seht ja, das ist ja auch ein ganz schöner Kaventsmann. Auch im Vergleich zu den anderen Sets, die ich schon gezeigt habe, ist das auf alle Fälle sehr, sehr schön. Und hier ist sogar ein Autoschen dabei. Und hier sind vier Figuren dabei. Edgar Elefant ist auf alle Fälle ein krasser Schreiner-Dude. Er schreinert sehr, sehr gerne. Da sind auch gewisse Ähnlichkeiten zum Firmengründer Ole Kirk Christiansen, der ja, viele von euch wissen das, zuerst Holzspielzeug hergestellt hat und dann erst durch den Erwerb einer Plastik-Spritzguss-Kunststoff-Spritzguss-Maschine angefangen hat, Legosteine herzustellen, die er sich zugegebenermaßen auch vom System, zumindest die ersten Legosteine, abgeschaut hat. Die dann mit den Röhren, das war eine Selbstentwicklung. Ich muss hier mal so ein paar Fusseln vom Tisch schieben. Und womit fangen wir jetzt am besten an? Am besten fangen wir damit an, dass wir uns kurz mal die Box angucken. Und jetzt werde ich sagen, Moment mal, die Box, die hast du ja gar nicht auf dem Tisch. Die Box haben wir tatsächlich nicht. Aber die Box kann man sich im Internet angucken. Ich werde euch mal ein paar schöne Bilder einblenden. Und bei der Box geht einem natürlich sofort das Herz auf. Die Box ist in so einem schönen Hellgrün gestaltet. Ich nenne es immer ein lebensbejahendes Hellgrün, was durch seine Frische sofort dazu motiviert, positiv zu denken. Ich liebe das. Ich finde das total schade, dass es das heute nicht mehr gibt. Ich sage es in jedem Fabulant-Video und es ist tatsächlich so, ich bin fest davon überzeugt, das würde auch heute noch funktionieren. Während ihr die Bilder seht, die wir einblenden, habt ihr vielleicht auch so ein gewisses Feeling dafür, für was da in Kinderköpfen vorgegangen ist, wenn die sowas gesehen haben. Also das ist ja für die ganz junge Zielgruppe. Es sind aber tatsächlich Lego-kompatible Teile, also nicht Duplo. Besonders die Grundplatten sind sehr schön. Und auf dem Tisch stehen ja jetzt schon einige Lego-Fabulant-Sets mit Grundplatte. Und lasst euch eins gesagt sein, das sind oftmals sehr spezielle Maße, wie auch hier. Diese Grundplatte von diesem Set, von dem Terrassenhaus, ist auch nur in diesem Set. Zu den Teilen kommen wir dann. Wir sind ja eigentlich gerade bei der Box. Die Rückseite von der Box ist auch sehr, sehr schön, weil die Rückseite von der Box zeigt auch sehr schön, wie... Oder sehr gut, ich habe jetzt zweimal daran das Wort schön verwendet, aber es ist einfach schön. Sehr, sehr gut, wie Lego damals auch schon auf den Rückseiten kommuniziert hat, baue daraus mal was anderes. Ja, das wird dann später in der Anleitung auch nochmal gezeigt. Das heißt, du hast viele alternative Bauvorschläge auf der Rückseite. Was auch noch sehr, sehr schön ist, ist ein Klappkarton. Ja, wende ich euch auch mal Bilder ein. Man kann also durch die Klappe, die man geöffnet hat, schon die Teile sehen. Zum damaligen Zeitpunkt auch im Geschäft. Und innen ist ein Blister, der dafür sorgt, dass alles schön in Reihe und Glied gehalten wird, schön sortiert präsentiert wird und man sofort sieht, was man bekommt. Das finde ich großartig. Moderne Lego-Boxen sind leider nicht mehr so schön, denn im Endeffekt möchte ich eigentlich als Kunde im Laden schon sehen, was mich da haptisch erwartet. Und ich erinnere mich immer wieder an ein glorreiches Set, nämlich die 6085, die Schwarze Drachenburg, wo da hinten der Karton steht. Das war ein Set, was ich, ich glaube 1989 oder 1990 in Hamburg bei meiner Tante bekommen habe. Das haben wir nämlich als reisende Ossis damals in einem Spielwarenladen gekauft. Und meine Eltern haben gesagt, du darfst dieses Set nicht aufmachen, bevor wir nicht zu Hause sind. Und das hatte so eine Klappe und ich habe, während wir die Zeit bei meiner Tante verbracht haben, immer wieder die Klappe aufgemacht und reingeguckt und habe mir die Ritterfiguren angeguckt und hatte schon die schönsten Spielszenarien vor Augen. Ich finde, das schürt so eine Erwartung und so eine Vorfreude, die einfach zu Lego gehört. Das ist so ein warmes Gefühl, was jeder von uns kennt. Deswegen finden wir auch die Sets heute noch so schön. Das heißt, Klappe und Blister und so weiter sind Sachen, die für mich die Spitze des Eisbergs sind in der Präsentation im Laden. Also besser geht es einfach gar nicht. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was kostet denn so eine Box? Ich habe mal geguckt, aktuell wird keine Box angeboten. Ich habe auch aktuell kein Set gefunden. Also dieses Set nicht gefunden mit Box. Ich habe es nur ohne Box gefunden. Mit Box ist es deshalb schwer zu sagen, wo es preislich liegt. Ohne Box kannst du bei diesem Set von mindestens 100 Euro ausgehen. Wir gucken uns dann auch mal, ich stelle übrigens gerade fest, eine Antenne fehlt. Die habe ich nämlich noch hier hinten versteckt, weil die ein bisschen teurer ist. Die klaue ich mir mal von diesem Set. Die Antenne zum Beispiel kostet ab 20 Euro, die Grundplatte ab 30. Da gehen wir nachher drauf ein und so läppert sich das. Das Set an sich kostet ab 100 Euro. Wenn alles dabei ist, ist das sogar ein guter Preis. Ihr werdet das dann sehen. Ich werde ein paar ausgewählte Teile mal in die Linse halten. Und da kriegt ihr ein Feeling dafür, dass hier einiges abgeht. Jetzt können wir uns kurz mal die Anleitung angucken. Die habe ich aber auch nur digital für euch. Das Schöne ist allerdings, dass ich eine deutsche Anleitung gefunden habe. Du findest generell fast jede Anleitung. Eigentlich zu 99,9% jede Anleitung von Fabulant auch im Internet mittlerweile. Allerdings oftmals nicht die deutschen Anleitungen. Also man findet da englische Anleitungen, die man tendenziell ganz gut versteht. Aber eben auch so spanische Anleitungen und so weiter. Das versteht man dann eher weniger. Hier habe ich eine deutsche Anleitung gefunden. Und diese Anleitung finde ich wirklich herausragend. Ich blende immer mal zwischendurch ein paar Bilder ein, während ich davon erzähle. Ich finde nämlich, dass diese Anleitung, das war ein Masterpiece in der Lego-Geschichte, diese Anleitungen erzählen Geschichten, diese Anleitungen stellen die einzelnen Figuren vor. Also von Leo Löwe angefangen, wo ist die Frau Doktor Lamm, ist das hier, das ist Edward Elefant und dann ist noch Harry Pferd irgendwo. Ach ja, der ist hier oben mit dem Pinsel. Die werden vorgestellt, es werden Charakterzüge von denen erklärt. Also zum Beispiel, der Leo Löwe ist der Bürgermeister. Und deswegen hat er hier auch dieses blaue Akkordeon in der Hand. Der spielt gerne Akkordeon. Aber keiner traut sich ihm so recht zu sagen, dass das nicht so hundertprozentig rund klingt. Dann haben wir zum Beispiel hier Frau Doktor Lamm. Die Figuren zeige ich euch jetzt auch gleich noch. Aber schon mal ganz kurz vorweg die Geschichte dazu, weil das natürlich in der Anleitung steht. Sie ist eine Frau Doktor, die die Stille liebt und es sehr, sehr schön findet, entspannte Musik zu hören. Dann haben wir hier den Edgar Elefant, den ich vorhin ja schon ganz kurz so ein bisschen in den Fokus genommen habe. Der schreinert sehr gerne, aber noch nicht so lange und auch noch nicht ganz so professionell. Also er übt sich da noch ein bisschen und ist manchmal noch ein bisschen unbeholfen. Und dann gibt es den Harry Pferd. Das ist der Dude, der sich um alles kümmert. Also auf den kannst du dich verlassen. Der baut dir alles zusammen. Der repariert alles und so weiter. Es wird aber im Laufe der Bauanleitung dann dazu kommen, dass der einen Schwächeanfall erleidet. Und da ist es gut, dass Frau Doktor Lamm dabei ist. Diese vier Charaktere beschließen, zusammen ein Haus zu bauen und bauen das auch, stellen dann aber im Laufe der Geschichte fest, wir nerven uns ein bisschen gegenseitig. Zum Beispiel der Leo Löwe, der baut sich dann so ein Auto und fährt da immer sehr laut mit dem Auto relativ nah am Haus vorbei. Und so weiter. Und die Frau Doktor Lamm sagt, um Gottes Willen, also diese Lautstärke hält sie überhaupt nicht aus. Und dann finden sie aber zusammen eine Lösung. Ich will gar nicht so viel vorweg greifen, denn ihr könnt euch natürlich selber die Anleitung auch mal angucken. Ich finde das aber ziemlich clever gemacht. Also es ist im Prinzip wie ein Bilderbuch. Eltern können das vorlesen. Die Kids sind live dabei. Du kannst, während das vorgelesen wird, das schon zusammenbauen. Die Figuren an sich bauen im Prinzip in der Anleitung dieses ganze Set zusammen. Das ist eine großartige und auch sehr faszinierende Idee. Und das würde auch heute noch funktionieren. Ich wiederhole mich da ständig, weil ich der festen Meinung bin, das ist super gutes Kinderspielzeug. Und dann entsteht eben auch ein Konflikt. Also erst wollen sie zusammenziehen, was sehr, sehr schön ist, kollektiver Gedanke und so weiter. Dann gibt es so einen kleinen Konflikt, aber sie finden eine Lösung und dann bauen sie ihr Haus um. Und man sieht zwischendurch auch einzelne andere gebaute Alternativmodelle, die man natürlich auch zusammenbauen kann. Und am Ende hat die Geschichte ein Happy End, weil sie sich zusammenraufen. Und das finde ich halt einfach einen sehr, sehr guten Grundtenor für so ein Spielzeug. Und wie gesagt, die Grundplatte ist eine gute Basis, im wahrsten Sinne des Wortes, um auch viele andere und eigene Sachen zu bauen. Also Anleitung wirklich, wirklich sehr, sehr gelungen. So, ich schiebe hier mal ein bisschen was zur Seite, denn die Charaktere, die ich euch gerade schon so ein bisschen beschrieben habe, die müssen wir uns natürlich noch ein bisschen genauer angucken. Ich hole mir dazu mal einen Big Brick, heute mal in gelb. Und da stelle ich mal die Figuren einzeln drauf. Ich kann ja mal die ganzen Accessoires in der Hand lassen. Beziehungsweise, ich lege das jetzt mal hier daneben, dann sieht man die Figuren. Das sind nämlich wirklich sehr, sehr schöne Figuren. Übrigens diese Säge, ja. Diese Säge, das ist einfach großartig. Die Teile gucken wir uns dann nachher nochmal ein bisschen genauer an. Hier ist noch der Pinsel. So. Und hier ist noch die Frau Lamm. Schwupp die Wupp. Und da fliegt gleich das Showroom weg. So. Übrigens, der Teppichklopfer ist auch großartig. Zeige ich euch dann noch gleich. Wir müssen ja ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. So, liebe Freunde. Jetzt haben wir hier die Figuren. So. Also. Der Löwe, das ist der Leo-Löwe. Den gibt es in vier Sets. Der kostet ab 2,50 Euro. Die Preise, die ich jetzt sage, richten sich nach dem, was bei Brickling gerade angeboten wird. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Ja. Und es sind eben auch Abpreise. Ich habe den Leo-Löwe auch günstiger gesehen, aber allerdings abgerubbelt. Deswegen, ich habe jetzt sozusagen das erste Angebot genommen, wo der in einem guten Zustand ist. Also ab 2,50 Euro. Dann haben wir den Edward Elephant. Habe ich Edward Elephant oder habe ich Eduard Elephant vorhin gesagt? Also er heißt auf alle Fälle Edward Elephant. Man kann ihm natürlich auch eigene Namen geben. Edward Elephant ist in drei Sets und kostet ab 1,50 Euro. Dann haben wir das Pferd. Das ist Harry Pferd. Den gibt es nur in zwei Sets. Es ist hier von den Figuren, die teuerste Figur, kostet ab 5 Euro. Ist auch ein bisschen seltener zu bekommen. Und hat nach oben natürlich kein Ende. Wenn du den absoluten exklusiv, unbefingerten, unabgeriebenen Zustand haben willst, dann bezahlst du halt auch mal 10 Euro. Aber so ab 5 Euro geht es los. Und dann hast du die Dr. Luise Lamm. Ich habe sie Frau Dr. Lamm vorhin genannt. Luise Lamm. Und die gibt es in vier Sets und die kostet ab 1,50 Euro. Und jetzt nochmal von hinten die ganze Clique. So ist halt wirklich ganz, ganz simpel. Die Figuren lassen sich natürlich wieder vom Kopf her drehen. Die Arme lassen sich hoch und runter nehmen. Die Hände lassen sich nicht drehen. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu den Minifiguren von Lego. Und man kann die Beine anknicken. Die können sich also auch hinsetzen. Ich finde diese Figuren einfach so dermaßen gelungen. Es ist großartig. So. Jetzt gucken wir uns noch das Auto an. Denn dieses Set kommt auch mit einem Auto. Das ist ja in der Bauanleitung beschrieben als das Auto von dem Leo Löwe. Dem Bürgermeister. Der lässt sich das Auto bauen. Und hier sind auch diese berühmten Türen mit dabei. Die kann man natürlich auch aufmachen. Ein bisschen zusammenstecken. So. Ja. Und hier vorne ist ein bedrucktes Teil. Ist das bedruckt? Ja, das ist bedruckt. Das ist ein bedrucktes Teil. Das ist in gar nicht so vielen Sets, wenn ich mich richtig erinnere. Ist aber nicht so teuer. Also wie gesagt, ich komme nachher noch auf besondere Teile. Das ist ganz, ganz simpel gebaut. Aber du kannst hiermit halt rumdüsen. Und kannst auch ein paar Sachen transportieren. Es fällt übrigens auf, dass kein Lenkrad drin ist. Das ist typisch für Fabulan-Sets. Ich fände es cool, wenn Lego damals auch solche Lenkräder wie in den City-Sets verbaut hätte. Bloß ein bisschen größer. Das hätte hier auch noch gut reingepasst. Es wäre auf alle Fälle cool gewesen. Ich weiß aber, dass ich als Kind das Feuerwehrauto hatte. Habe ich auch schon ein Review dazu gemacht. Und mich das nicht gestört hat, dass da kein Steuerrad drin ist. Also bei Kids ist das deutlich entspannter als bei uns detailverliebten Erwachsenen. Und jetzt zeige ich euch mal das Set an sich. So, wir gucken halt hier mal. Also ich drehe das mal so ein bisschen so. Und erkläre euch auch mal ein bisschen so, was die teuren Teile sind. Grundsätzlich lässt sich aber eines sagen. Und das wisst ihr ja. Das sage ich ja in jedem Fabulan-Video. Es gibt relativ viele Teile in solchen Fabulan-Sets, die relativ selten sind. Das bedeutet aber nicht, dass die teuer sind. Und bei teuer spreche ich jetzt halt von Preisen so ab 3, 4, 5 Euro. Vielleicht auch höher. Hier gibt es viele Teile, die halt auch mal 50 Cent kosten. Das ist für mich jetzt grundsätzlich im Fabulant-Bereich kein teures Teil. Es gibt aber durchaus auch Teile. Und da fangen wir am besten gleich mal mit der Grundplatte an. Mal gucken, ob was rollen. Genau, die ein bisschen teurer sind. Diese Grundplatte, die ja erst einen ganz normalen Eindruck erweckt. Ach, das ist bestimmt so eine Standard-Lego-Grundplatte. Die Grundplatte gibt es tatsächlich nur in diesem Set. Soweit ich weiß, gibt es die noch in einer anderen Farbe. Ich glaube, in Dunkelblau gibt es die noch in 2, 3 anderen Sets. Wenn ich mich nicht irre, aber in Grün gibt es die nur hier. Die Maße von dieser Baseplate sind 24 mal 40. Und die kostet ab 30 Euro. Diese Grundplatte ab 30 Euro zu bekommen, ist aber manchmal auch ein bisschen mit Glück verbunden. Denn, ich stelle übrigens gerade fest, ich glaube, die Antenne kommt hier unten drauf. Denn hier oben kommt, glaube ich, der Schornstein drauf. Ist egal. Man kann das ja machen, wie man möchte. Genau. Es ist ein bisschen mit Glück verbunden, die für 30 Euro zu bekommen. Diese Grundplatte ist auch für 50, 60, 70 Euro bei Bricklink erhältlich. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Thorsten, von dem das Set kommt, hatte uns ganz am Anfang geschrieben, wir haben am Anfang, das ist ja schon relativ lange her, ein Mailday gemacht, wo ich alle Sets ausgepackt habe. Und da hat er uns ja noch aufgeschrieben, so ein paar Gedanken zu jedem Set. Und da hat er hier dazu geschrieben, nach der Grundplatte hat er lange gesucht. Er hatte vorher so eine Art Zusammenstellung aus verschiedenen Grundplatten darunter, nur um das Set hinzustellen. Kann man auch machen. Man muss jetzt nicht die nehmen. Wenn man es original haben will, wird es halt ein bisschen teurer. Teuer ist auch diese Antenne. Diese Antenne hatte ich euch ja schon in diesem Set gezeigt. Diese Antenne kostet ab 20 Euro. Und ich habe auch schon damals gesagt, als ich die Review zu dem anderen Set gemacht habe, das Ding sieht eigentlich fast gar nicht wie Lego aus. Wenn man sowas im Konvolut findet, ich habe hier auch keinen Lego-Schriftzug in irgendeiner Form entdeckt, weil da einfach auch irgendwie kein Platz dran ist. Man würde wahrscheinlich denken, das ist irgendwie so ein Gussteil von irgendeinem Modellbausatz, könnte es zumindest sein. Das sollte man nicht wegwerfen. Also das, wie gesagt, ab 20 Euro, kostet halt ein bisschen was. Dann geht es weiter. Ich hatte euch ja vorhin schon erzählt, dass der Leo Löwe gerne Akkordeon spielt. Dieses Akkordeon kostet ab 2,50 Euro. In blau gibt es das tatsächlich auch nur in drei Sets. Das nächste ist der Rechen. Das ist ein sehr schöner Rechen. Und dieser schöne Rechen, den gibt es nur in sieben Sets und der kostet ab drei Euro. Ich habe jetzt mal geguckt, bei Ebay gibt es Anbieter, die stellen diesen Rechen für acht oder neun Euro rein. Da lohnt es sich manchmal wirklich eher bei Bricklink zu gucken als bei Ebay. Aber ihr wisst das ja. Was ist hier? Hier ist der Schirm, den können wir da drauf tun. Schwuppdiwupp. So. Das nächste Teil, was ein bisschen teurer ist, ist dieser Pinsel, womit der Harry Hirsch, hätte ich verstanden. Harry Hirsch. Nee, das ist von Otto. Wo der Harry Pferd, oder Harry Horace wahrscheinlich, ursprünglich, damit neue Farbe an die Fassade bringt. Und dieser Pinsel, den gibt es tatsächlich nur in, ich glaube, jetzt habe ich es vergessen, in wenigen Sets, auf alle Fälle, kostet ab drei Euro. Dieses kleine Ding. Ja, so. Und das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleines Ding. Dann haben wir diesen schönen Teppichklopfer, von dem ich vorhin erzählt habe. Dieser Teppichklopfer sieht so dermaßen genial aus. Ich liebe diesen Teppichklopfer. Der gibt es nur in zwei Sets und der kostet auch ab drei Euro. Ja, so. Sticker sind in dem Set. Einige Sticker. Hier oben fehlt, soweit ich weiß, ein Sticker, aber hier sind auch Sticker dran. Ich zeige euch das nochmal kurz. Das ist auch typisch für Fabulan, dass das bestickert ist. Diesen Sticker-Sheet habe ich nicht gefunden, deswegen kann ich euch da keinen Preis nennen. Kann auch sehr, sehr teuer werden. Sticker kann man zur Not auch weglassen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Was noch sehr, sehr teuer ist, ist diese schöne, große Mülltonne. Die Mülltonne an sich gibt es in Rot, nur in diesem einen Set. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie die innen aussieht. Die ist auch wirklich so groß, dass man da eine Figur reinstellen kann, und zwar ohne Probleme. Ja, so. Und die guckt dann so raus. Erinnert mich unweigerlich ein bisschen an, wie hieß der Dude aus der Sesamstraße? Krümelmonster. War das das Krümel? Nee, es war nicht das Krümelmonster. Es war Rumpel aus der Tonne. Genau. So. Genau. In Rot gibt es diese Tonne nur in diesem einen Set. Genauso wie den Deckel. Das ist wie so ein Dish gemacht. Gibt es aber in Rot, wie gesagt, nur in diesem einen Set. Die Tonne kostet ab 10 Euro in einem guten Zustand und der Deckel ab 6 Euro. Das heißt, du bist mit dieser Tonne, mit dieser Trashcan, bist du schon zusammen bei mindestens 16 Euro. Wenn du Glück hast, vielleicht bezahlst du auch ein bisschen mehr. Ja, könnte man natürlich auch weglassen. Ist sozusagen kein Beinbruch. Aber wie gesagt, es ist halt ein Alleinstellungsmerkmal. Man muss mal gucken, dass man das hier wieder so ein bisschen draufkriegt. Genau. Also könnte man theoretisch auch wirklich weglassen. Moment, warum kriege ich das jetzt hier nicht drauf? Das ist manchmal etwas verhext. Ich lasse es einfach daneben stehen. Genau. So. Dann hatte ich euch ja schon gezeigt, der Schornstein ist leider abgegangen. Wie gesagt, der kostet, den gibt es auch manchmal für 50 Cent. Also das ist überhaupt kein Problem. Den mal zu kriegen. Den gibt es in vier Sets insgesamt. Wie gesagt, ist eher ein kleinerer Preis. Und hier sind halt auch viele andere Sachen noch, die eher einen kleineren Preis haben. So ab 50 Cent, ab einem Euro und so. Aber das läppert sich dann halt. Das Haus an sich ist relativ spartanisch eingerichtet. Das hier unten soll ja die Werkstatt sein. Von dem Edward Elephant. Da, wo die Tür ist. Da ist aber, wie gesagt, im hinteren Bereich jetzt nicht wirklich viel los. Auch in den anderen Räumen nicht. Lustig ist auch, dass in der Bauanleitung genau beschrieben wird, wofür die eigentlich sind, die ganzen Räume. Hier oben, da ist zum Beispiel der Leo Löwe mit seinem Balkon. Also der scheint da zu wohnen, beziehungsweise jetzt zeige ich das nochmal von hinten, beziehungsweise hat er vielleicht auch so eine Art Büro oder so, wo er dann als Bürgermeister auch einen guten Überblick über die Stadt hat. Der mittlere Bereich hier mit dieser Terrasse ist für Frau Luise, Doktor Frau Luise Lamm, Frau Doktor Luise Lamm, jetzt habe ich es. Und das ist die Praxis. Und in der Anleitung sagt sie auch selber, oh, dieser schöne Balkon, der ist ja für meine Patienten zum Erholen total super. Und dann hier im unteren Bereich wird höchstwahrscheinlich dann Harry Horse, also Harry Pferd, sich niederlassen. Und da ist auch nicht so wirklich viel drin. Man kann natürlich hier diese wahrscheinlich von Eduard Elefant selbst gezimmerten, selbst, ja, wie soll ich sagen, hergestellten Holzmöbel wie das Bett oder die Stühle oder so kann man natürlich auch in den Räumen verteilen. Das ist gar kein Thema. Und man kann natürlich auch mit anderen Basic-Lego-Steinen da vielleicht noch ein Bett reinstellen oder, was weiß ich, eine Küche bauen. Und man kann natürlich, und das zeigt die Anleitung und auch die B-Seite in der Box relativ schön, einfach diese Fertigteile auseinandernehmen und kann vielleicht auch wie eine Art flache Wohnung oder flaches Haus bauen und dafür halt die ganze Grundplatte verwenden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, also, die Faszination für Fabulant kennt auf alle Fälle keine Grenzen. Ich bin auch ein großer Freund von diesem Teppichklopfer. Also den muss ich euch nochmal zeigen. Dieser Teppichklopfer ist einfach genial. So einen Teppichklopfer hat jeder von uns bei Oma gesehen. Und man, also ich finde es immer wieder genial, wie simpel gewisse Dinge sind und dann, ja, wie gesagt, fördern die so viele Erinnerungen. Das ist einfach nur genial. Ja, so. Mich würde natürlich interessieren, ob jemand von euch dieses Set auch hatte. Dieses drittgrößte Set der Fabulant-Geschichte. Mal gucken, ob wir das zweitgrößte und das erstgrößte, also das allergrößte Set auch noch an den Start kriegen. Dann würde ich euch das natürlich auch zeigen. Beziehungsweise wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich kommen demnächst auch noch weitere Sets und unsere Playlist wird weiter gefüllt. Zieht euch, wie gesagt, unbedingt die Fabulant-Playlist rein. Großartig. Macht einem sehr viel Laune. Gerade in der grauen Jahreszeit, in der kalten Jahreszeit kommt man da auf bessere Gedanken, muss man sozusagen positive Vibrations. Ihr wisst Bescheid. Ja. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Set. Teilt gerne eure Erinnerungen mit uns und ich bin jetzt erstmal raus, liebe Freunde. Bleibt entspannt, bleibt auf Empfang und bis bald. Bye, bye. Tschüss. Vornei. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020